ARD Text im Auftrag von Funk Ciao, ciao, ciao! Ciao, Teresa! Sieh dir das an. Einfach unfassbar. Sammy, vienes? Si! Wow. Tregua. Hey, kommt her! Das Schiff ist 1827 auf dem Weg zur Isola del Garda untergegangen. Gerüchten zufolge war die Statue ein Geschenk des Grafen Lecky an seine Geliebte, die Altistin Adelaide Malanotte. Es gibt vier bekannte Ausführungen nach den Originalen von Praxiteles. Diese hier ist die Nummer drei. Kaiser Hadrian hatte ein Paar, das in Tivoli ausgegraben wurde, aber... einer der Kulturbanausen der Farnese-Pepste hat sie einschmelzen und daraus eine besonders üppige Venus gießen lassen. Mr. Perlman. Willkommen. Danke für die Einladung. Aber gern. Si, Elio. Soll ich dich rumführen? Das wäre toll. Danke. Und was treibst du hier so? Bücher lesen, Musik transkribieren, den Fluss schwimmen, abends ausgehen. Klingt gut. Alles klar. Wir sehen uns. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Sie haben ihre Ambiguität so ungehemmt, als würden sie uns herausfordern, sie zu begehren. Gibt es auch was, das du nicht weißt? Wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt. Von welchen Dingen sprichst du? Du weißt genau, welche Dinge. Heißt das, was ich denke, was es heißt? Ich hätte nichts sagen sollen. Dann tu so, als hättest du nichts gesagt. Die Natur hat ihre verblüffenden Methoden, unsere Schwachstellen aufzuspüren. Nenn mich bei deinem Namen, dann nenn ich dich bei meinem. Jetzt wird mal dieimyasen, Monate Abtir. Wenn du wirst. Dann ja, dass은 nächsten Mal. Dann gehen wir mit dem an. Ciao. Du dent.